So, herzlich willkommen zum ersten kleinen Video-Tutorial zum Fach PHKO 1, Baufysik, Konstruktion 1. Das sind die Grundbegriffe zur thermischen Baufysik. Wir haben hauptsächlich darüber gesprochen, was Arbeit, Energie und Leistung im Zusammenhang mit der thermischen Baufysik bedeuten. Wir kennen aus der Schulphysik vielleicht noch die Definition, dass Energie die Fähigkeit ist, Arbeit zu verrichten. Energie also ein Zustand ist und Arbeit wiederum ein Prozess, das aber grundsätzlich das Gleiche damit gemeint ist mit Energie und Arbeit. Und die Leistung wiederum angibt, in welcher Zeit eine Arbeit verrichtet wird. Bezogen auf die thermische Energie bzw. die Wärmemenge bedeutet das, dass ich die spezifische Wärmekapazität mit der Masse des betrachteten Stoffes multiplizieren kann und durch die Temperaturdifferenz oder den Temperaturgehalt oder die absolute Temperatur auf die thermische Energie komme. Das heißt, die thermische Energie wird grundsätzlich erstmal angegeben in Joule, im Bauwesen jedoch gebräuchlicher die Einheit Kilowattstunde oder Wattstunde, Wattsekunde. Die Umrechnung hierbei ist, dass ein Joule einer Wattsekunde entspricht und ich dann gegebenenfalls, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Kilowattstunden kommen möchte, über die Anzahl der Sekunden pro Stunde und die Vorsilbe Kilo dann umrechnen muss. Thermische Leistung wiederum, Arbeit pro Zeit, wird üblicherweise angegeben in Watt oder Kilowatt und hier ist zu beachten, dass es in der thermischen Baufysik zwei alternative Bezeichnungen gibt, die unterschiedlich verwendet werden, je nachdem, was ich damit bezeichnen möchte. Ich kann die thermische Leistung zum Beispiel eines Heizkörpers in der Einheit P mit dem Formelzeichen Groß P in Kilowatt zum Beispiel ausdrücken, wenn ich von dem Wärmestrom oder auch der Wärmestromdichte durch ein Bauteil spreche, dann verwende ich üblicherweise den griechischen Buchstaben Groß Phi. Dann haben wir gesprochen über den Wärmetransport innerhalb eines Systems, Baustoff, Konstruktion. Der erfolgt immer von warm nach kalt, also von dem größeren Potenzial zum niedrigeren Potenzial und ich kann drei verschiedene Wärmetransportmechanismen unterscheiden. Das ist zum einen die Wärmeleitung durch einen Stoff. Da benötigen wir dann die Baustoffeigenschaft einer Schicht, das ist die Wärmeleitfähigkeit, Lambda, dividiert durch die Schichtdicke, multipliziert wiederum mit der Temperaturdifferenz dieser Schicht, innerhalb dieser Schicht und der betrachteten Bauteilfläche. Statt des Ausdrucks Lambda durch D kann ich aber auch alternativ den Widerstand, den Kehrwert des Widerstandes oder den U-Wert einsetzen, je nachdem was ich betrachte. Wichtig ist, dass ich die Temperaturdifferenz dann an die entsprechend betrachteten Bauteilschichten anpassen muss. Schauen wir uns das mal an. Beispiel einer Außenwand, Innenputz, Mauerwerk oder Beton, Wärmedämmschicht und Außenputz von links nach rechts. Der typische charakteristische Temperaturverlauf unter stationären Randbedingungen. Die Temperaturen an den einzelnen Stellen, das heißt links die Innentemperatur, Oberflächentemperatur innen, Grenzschichttemperaturen und so weiter. Und wenn ich mir dann den Wärmestrom berechne, die Wärmestromdichte berechne, dann ist das zum Beispiel der U-Wert multipliziert mit der Temperaturdifferenz Innenlufttemperatur minus Außenlufttemperatur. Der gleiche Wert ergibt sich jedoch, wenn ich zum Beispiel den Kehrwert des inneren Übergangswiderstandes multipliziere mit der entsprechenden Temperaturdifferenz Innenlufttemperatur minus Oberflächentemperatur innen. Und so weiter. Das heißt die Wärmestromdichte ist in allen Schichten gleich groß unter stationären Randbedingungen. Nochmal eine kleine Zusammenfassung. Was, was ist? Wir haben diese Begriffe, thermische Energie, Wärmemenge, Arbeit oder auch Leistung, Wärmestrom und die Wärmestromdichte. Hier die entsprechenden Formeln, Einheiten und das Ganze dann nicht verwechseln. Schauen wir uns den zweiten Transportmechanismus an, die Konvektion. Hier wird jetzt durch ein Medium Wärmemenge transportiert. Das heißt, ich schaue mir an, welche Masse mit welcher Speicherfähigkeit, Kapazität transportiert welche Temperaturdifferenz und erhalte so dann direkt die transportierte Wärmemenge. Auch hierzu ein kleines Beispiel. Eine Art von Konvektion. Ich möchte wissen, welche Wärmemenge in einem Kühlhaus transportiert wird, wenn eine Tonne Rindfleisch mit 37 Grad Celsius mit 6 Grad Celsius eingelagert werden soll. Das heißt, die Temperaturdifferenz beträgt entsprechend 31 Kelvin. Die Wärmemenge berechnet sich demnach eine Tonne multipliziert mit 3,5 Kilojoule pro Kilogramm Kelvin. Das ist die Wärmespeicherfähigkeit von Rindfleisch. Multipliziert mit minus 31 Kelvin ergibt eine Wärmemenge von minus 30,1 Kilowattstunden. Und wenn ich jetzt wissen möchte, welche Kälteleistung insgesamt erforderlich ist, wenn pro Tag 10 Tonnen verarbeitet werden, kann ich das auch ganz einfach berechnen. 10 mal 30,1 minus dividiert durch 24 Stunden ergibt dann eine erforderliche Kälteleistung von minus 12,5 Kilowatt. Schauen wir uns nochmal an, warum da jetzt ein Minus steht. Naja, das liegt daran, dass ich ein negatives Vorzeichen erhalte, wenn ich T2 kleiner als T1 habe. Das heißt, ich muss Energie abführen, ich muss etwas abkühlen. Und der dritte Transportmechanismus ist die Wärmestrahlung. Die Formel ist nicht ganz trivial. Das Ganze lässt sich aber vereinfachen. Hier nochmal die Erinnerung. Dieses Phi steht für den Wärmestrom. Energie pro Zeit. Und das wird im Bauwesen üblicherweise vereinfacht an den Wärmeübergängen. Da habe ich nämlich den Übergang Strahlung-Konvektion, wenn man so will, hin zur Wärmeleitung. Das heißt, das wird vereinfacht den Wärmeübergangswiderständen hinzugerechnet. Und eine andere Stelle, wo Wärmestrahlung noch auftritt, ist bei der solaren Wärmeberechnung in der Energiebilanzierung im Gebäudebereich. Dazu kommen wir dann aber später. So, jetzt haben wir alle wichtigen Grundbegriffe erklärt. Und im nächsten Video geht es dann um die entsprechenden Widerstände, U-Werte und Bauteile. Vielen Dank!